Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Ich bin Margret Marinkolo, Expertin für Liebeskummer, Seelenpartner und Dualsehen. Heute spreche ich über den elften Schlüssel der Selbstliebe und der heißt Wertefreiheit. Das ist natürlich mein Schlüsselbund. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Selbstliebe, denn gerade wenn es um Dualseelen oder den Seelenpartnerprozess geht und überhaupt im Leben, wenn du glücklich sein möchtest, ist Selbstliebe etwas, ohne dass es einfach nicht geht und ich entschlüssele nur die einzelnen Komponenten oder die wichtigsten Komponenten, die mir am wichtigsten erscheinen. Heute geht es um Wertefreiheit. Dazu erfährst du in diesem Video erstens, warum bewerten wir? Zweitens, wie bewerten wir? Drittens, wie kämpfst du gegen Situationen und insbesondere gegen deine Gefühle an? Viertens, warum bringt dich der Akt des Bewertens weg vom Glücklichsein? Und fünftens, warum es keine guten und keine schlechten Emotionen gibt? Fangen wir gleich mit dem Punkt 1 an. Warum bewerten wir? Und ich gehe heute mal in die Bibel. An den Anfang, als es da irgendwann mal einen Baum der Erkenntnis gab und dieser Baum der Erkenntnis wuchs vor sich hin und seine Früchte wucherten und er hatte irgendwie keine Ahnung, wie er seine Äpfel an den Mann oder an die Frau bringen konnte. Facebook gab es noch nicht, Instagram auch nicht und irgendwie hatte er Probleme für seine Früchte zu werben. Und er vertraute sich seiner einzig wirklich guten Freundin an, der Schlange, die sich oft in seinen Ästen bequem machte. Und er sagte, hör mal, ich habe so viele tolle Äpfel, Früchte der Erkenntnis und ich möchte, dass diese Früchte in Hände fallen, die sie zu schätzen wissen. Ich möchte gerne, dass meine Früchte gegessen werden. Ich möchte nicht, dass sie einfach so vor sich hin gammeln und dass sie nachher verfaulen am Boden, nur für Würmer und Käfer da sind. Ich möchte so ein paar Menschen inspirieren, meine Früchte zu kosten. Und die Schlange war ganz ohr und die Schlange wollte natürlich ihrem Freund dem Baum, ihrem Freund dem Baum der Erkenntnis helfen. Und so dachte sie nach und dachte nach und irgendwann kam ihr dann der Gedanke und sie schleppte Adam und Eva zu dem Baum, das erste Menschenbaum. Und sie dachte sich, wenn die von dem Baum der Erkenntnis essen, wenn die die Äpfel essen, dann vermehren die sich, und kriegen ganz viele Nachkommen. Und diese Nachkommen wissen, dass diese Äpfel so nachreich sind und essen auch vom Baum der Erkenntnis. Und so kann ich für meinen Baum, für meinen Freund den Baum, ganz viele Fans kreieren, die immer wieder kommen und diese Äpfel essen. Ja, und wie das ausgegangen ist, das wissen wir. Der Apfel wurde gegessen, Adam und Eva aßen vom Baum der Erkenntnis, von der sozusagen verbotenen Frucht, aber selbst das ist schon wieder eine Bewertung. Und so wurde die Bewertung geboren. Ab sofort konnten Adam und Eva in Gut und Böse, richtig und falsch, Himmel und Hölle unterscheiden. Und was erst mal wie ein Segen aussah, entpuppte sich so gleich als Fluch. Denn mit der Bewertung erschaffen wir uns viele, viele, viele Herausforderungen, Abenteuer und Probleme. Wie bewerten wir? Nun, ich hatte mit sieben Jahren mal eine, vielleicht war ich auch acht oder neun, ich kann es nicht mehr genau sagen, hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung. Ich wurde an der Harnröhre operiert und während der Narkose schwebte ich über meinem Körper und konnte den Ärzten dabei zusehen, was sie da so mit mir taten. Und ich war weder klinisch tot noch sonst irgendwas, es war alles okay. Ich sah den Ärzten zu und sprach auch hinterher darüber. Was mir damals geblieben ist oder welche Gedanken ich mir heute mache, also nicht erst heute, sondern seit vielen Jahren, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann, dass mein Geist oder mein Verstand nicht auf mein Gehirn begrenzt sein kann. Also, dass nicht irgendwo die Gedanken da drin sind und die Gefühle da drin sind oder von dort gesteuert werden, auch wenn es die Geschichte gibt, die wir uns darüber spinnen. Und dann hatte ich die Erfahrung, als ich meinen Körper da so liegen sah, voll und ganz präsent zu sein. Ich habe den Körper gesehen, wie etwas das zu mir gehört, was ich aber im Moment gerade nicht benötige. Und der lag da unten und ich fühlte mich voll in meiner ganzen Präsenz, also voll da, voll im Ich. Ich hatte nicht das Gefühl, den Körper zu brauchen. Und ich konnte trotzdem denken. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Ich würde denken und ich würde auch fühlen. Ich war einfach viel freier in meiner Wahrnehmung, weil ich ja über diesem Körper schweben und fliegen konnte. Ich hatte so das Gefühl, ein Schmetterling zu sein, der sich die ganze Sache von außen betrachtet. Da war irgendwie keine Besorgnis oder keine Angst. Das war einfach sehr spannend, das zu erleben. Und wenn ich heute über meinen Geist nachdenke, dann weiß ich nicht wirklich, welche Ausmaße dieser Geist hat. Ich habe keine Ahnung, wie groß oder klein und unbegrenzt mein Bewusstsein oder das Bewusstsein ist. Keine Ahnung. Und es ist auch heute sehr schwer, das zu beweisen. Was ich aber weiß, ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Zumindest weiß ich das durch die Physiker, die das schon beweisen können. Und wenn ein Gedanke aufploppt und du wirklich voll im Gewahrsam bist, also wenn du dich beim Denken beobachtest, da kommen ja manchmal Ideen, Gedanken, Gefühle angeflogen und die hast du nicht bewusst erzeugt. Das ist nicht etwas, was gerade, was du dir gerade wünschst oder dass du sagst, ich denke jetzt an diese Person, du denkst vielleicht an eine Person, von der du seit 20 Jahren nichts gehört hast und im nächsten Moment ruft die an oder steht vor deiner Tür. Also hast du diesen Gedanken wirklich gemacht oder kommt der einfach? Also für mich stellt sich die Frage, wir können natürlich grundsätzlich die Tendenz unserer Gedanken verändern. Wir können überprüfen, ob wir mehrheitlich positiv, und das ist jetzt eine Bewertung, oder mehrheitlich destruktiv denken, aber wir können nicht jeden Gedanken kontrollieren. Also es kommen einfach Gedanken, und das wirst du wissen, wenn du Liebeskummer hast und versuchst, dich von einem Menschen zu entziehen, umso mehr du versuchst, nicht an ihn zu denken, umso mehr ist er präsent und ich weiß, dass du das nicht machst, sondern dass das zu dir kommt. So, und da gibt es eine riesige Maschinerie, also ich nenne den Geist auch gern die Höllenmaschine, denn was der Geist oft aus den Gedanken und den Gefühlen macht, die wir haben, ist Hölle, denn er gibt seinen Senf dazu, so er gibt seine Bewertung dazu. So alles, was in diese Höllenmaschinerie reinkommt an Input, also ein Gedanke, ein Gefühl, eine Körperempfindung, dich stößt jemand an oder dir tritt jemand auf den Fuß, da empfindest du etwas, je nachdem, wie schmerzempfindlich du bist, kann das sehr wehtun oder es tangiert dich nicht so wirklich, das verarbeitet deine Höllenmaschinerie. Und ich stelle drei magische Fragen. Erstens, was ist das? Also was ist das, was dir da gerade wieder fährt? Was ist das, was da als Gedanke zu dir kommt? Was ist das, was du gerade fühlst? Zweite magische Frage, was bedeutet das konkret für mich oder für dich? Und drittens, wie reagiere ich am besten darauf? Und jede Höllenmaschinerie, also du hast eine andere Höllenmaschinerie als ich oder ein Zentralrechner beantwortet diese drei Fragen anders. So, wie dein Geist, deine Höllenmaschinerie, wie dein Zentralrechner diese Fragen beantwortet, das richtet sich danach, wie bist du aufgewachsen, wie bist du erzogen, was hast du für Erfahrungen gemacht? Denn das Ding da, dieser Zentralrechner, diese Höllenmaschine, die speichert alles. Die speichert jeden Gedanken, den du gedacht hast, die das Gefühl, was zu dir kam, jede Empfindung und jede Reaktion, die du darauf hattest. Sie kennt deine Glaubenssätze, die sie gespeichert hat. Sie kennt die Dinge, die dir eingeredet wurden und was hast du damit gemacht? Also welches Muster, welches Programm hast du in dieser Höllenmaschinerie etabliert? Und je nachdem, was du für ein Muster hast, spuckt die Höllenmaschine drei Antworten aus. Ich komme später nochmal darauf zurück. Ah, mache ich doch gleich. Also ich hatte zum Beispiel, gerade hat mich eine liebe Kundin angeschrieben und da geht es um das Thema Ablehnung. Stell dir zum Beispiel vor, du schreibst deinem Lieblingsmenschen, deinem Seelenpartner, vielleicht deiner Dualseele, eine SMS, weil du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade richtig, das ist jetzt gerade dran. Natürlich, die Erwartungshaltung spielt eine Rolle, aber ich werde jetzt mal gar nicht auf die Erwartungen eingehen, sondern einfach nur, du schreibst ein SMS. Hallo, wie geht es dir? Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ich habe lange nichts von dir gehört, bla bla bla. So, es kommt nichts zurück. Es kommt in fünf Stunden nichts zurück, es kommt in einen Tag nichts zurück, es kommt in fünf Tagen nichts zurück. Jetzt schaltet sich da dein Zentralkomputer, deine Höllenmaschine an und sagt, was ist das? Antwort könnte sein, keine Antwort. Ablehnung. Was bedeutet das konkret? Also was bedeutet das konkret für dich oder für mich? Wenn du jetzt ein Thema mit Ablehnung hast, könntest du sagen, er liebt mich nicht. Er will mich nicht. Er will nichts mit mir zu tun haben. Dann, je nachdem, was du für Glaubensmuster hast, könnte das sein, niemand liebt mich. Niemand will was mit mir zu tun haben. Niemand hat mich lieb. Immer werde ich abgelehnt. Drittens. Wie reagiere ich am besten darauf? Und da kommt es auch wieder darauf an, wie deine Höllenmaschine funktioniert. Bei dem einen springt sie an und sagt, schreib ihm nochmal, schreib noch fünfmal, ruf an, stalk ihm bei Facebook oder bei Instagram. So im Falle meiner Klientin sprang die Höllenmaschinerie an und sagt, ich verkrieche mich. Ich will überhaupt nicht mehr schreiben. Ich will ihn am liebsten gar nicht mehr sehen. Ich will auch nicht mehr grüßen. Also es kommt ganz darauf an, welche Muster du da gespeichert hast. Und deine Höllenmaschine gibt dir eine Antwort, wie du reagieren sollst. Was vorher aber passiert ist, ist die Bewertung. So was weißt du ganz genau, was konkret bedeutet, dass er sich nicht bei dir meldet. Woher willst du wissen, dass er dich ablehnt? Angenommen, er ist verheiratet oder ist in einer Beziehung, und du weißt, er ist in dich verknallt. Vielleicht ist nie was zwischen euch gewesen, aber du merkst an seinen Reaktionen, wenn er euch begegnet, dass er nervös ist, dass er rot wird, dass er sich nicht kontrollieren kann. Du merkst, da sind Emotionen im Spiel und du bist dir eigentlich ganz sicher, dass da etwas ist zwischen euch. Aber er ist vielleicht in einer Beziehung oder er ist verheiratet und er sagt sich, ich bin meiner Frau treu, ich bin meinem Leben treu, ich spiele nicht mit dem Feuer. Ich gehe dieser Gefahr aus dem Weg. So, der hat seine eigene Höllenmaschinerie, die ihm die drei magischen Fragen stellt. Was ist das? A, eine Nachricht von jemandem, den ich unglaublich anziehend finde, den ich unglaublich sexy finde, jemanden, der mich immer wieder aus dem Konzept bringt. B, was bedeutet das konkret? Gefahr. Meine Ehe ist in Gefahr, mein Leben ist in Gefahr. Wenn ich mich auf diese Person einlasse, dann wird sich alles komplett ändern. Dritte Frage, wie verhalte ich mich am besten? Ich stille mich tot. Ich antworte am besten gar nicht. Ich lasse es so sein, wie es ist, damit ich mich nicht noch mehr in Gefahr begebe. So, das heißt, dein Gegenüber, dein Seelenpartner, dein Dualseeler, dein was auch immer Lieblingsmensch, der Mensch, den du gerade begehrst, von dem du dir vielleicht etwas wünschst, der lehnt dich vielleicht gar nicht ab. Aber das ist das, was dein Zentralkomputer sich ausdenkt. Das ist deine Story. Das ist etwas, was in deinem, in deinem Geist passiert. Also du kreierst dir eine Story, die für dich passend erscheint. Fakt ist aber, dein Seelenpartner, deine Dualseele, was auch immer, hat eine ganz andere Story, eine ganz andere Geschichte. Dem ist vielleicht sowas schon mal passiert. Oder der Vater hat sich vielleicht von der Mutter getrennt wegen einer anderen. Und er will das ums Verrecken nicht. Er möchte seinen Plan vom Glück, den er vielleicht hat, erfüllen. Und er hält sich einfach nur von dir fern. Das heißt, er lehnt dich nicht ab. Sondern er lehnt das ab, was sich möglicherweise aus der Situation ergibt. Verstehst du? Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, du bastelst dir deine eigene Geschichte. Oder deine Höllenmaschine bastelt dir deine eigene Geschichte. Und da hast du nicht immer ganz konkret Einfluss drauf. Das kannst du lernen, das kannst du üben. Und trotzdem wird es immer wieder Situationen geben, wo das überhaupt nicht funktioniert. Wo keine Technik funktioniert. Kein NLP, keine Hypnose, nichts. Wo du immer wieder in irgendwelchen Mustern hängen bleibst. So wie du das auflöst und wie du die Geschichte anders sehen kannst, das kommt natürlich am Ende vom Video. Mir fällt noch ein Märchen ein. Also Cinderella oder Aschenputtel. Also wenn wir wirklich von den Gebrüdern Krim, das Märchen Aschenputtel, lesen, da gibt es diese Szene, wo Aschenputtel mit den Stiefschwestern, mit der Stiefmutter auf diesen Ball möchte zum Prinzen und die Mutter er sagt, Stiefmutter er sagt, gibt ihr eine Schüssel, große, fette Schüssel mit Linsen und sagt, erst wenn du die Linsen sortiert hast, kannst du mit. Und die Stiefmutter weiß natürlich ganz genau, das ist gar nicht zu schaffen in ein paar Stunden und Aschenprödel oder Aschenputtel holt die Täubchen zu Hilfe oder alle Vögel, wie auch immer und sagt diesen Satz. Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Kröpfchen. So das ist ganz klar ein Akt vom Bewerten. Hört sich erstmal harmlos an, dass du die Guten essen willst, also die Guten, die möchtest du für dich und die Schlechten sollen weg, das können die Vögel fressen, das will ich nicht haben. Und hier gibt es aber eine Selbstlieberegel, die heißt, wogegen du ankämpfst, das verdoppelt sich. Also alles, was du nicht akzeptierst, alles, was du in deinem Leben nicht haben möchtest, das kommt mit doppelter Kraft. Wenn du es dann immer noch nicht haben möchtest, dann vervierfacht sich das. Das ist wie mit dieser Hydra, du schlägst ihr einen Kopf ab und es wachsen zwei neue nach. Das ist ein aussichtsloser Kampf gegen etwas zu kämpfen. Aussichtsloser Kampf gegen etwas zu kämpfen. Na, du weißt, was ich meine. Drittens, wie und warum kämpfst du gegen die Gefühle, die du als schlecht bewertest? Ah, da war ja genau das. Also das habe ich eigentlich jetzt erklärt. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kopfchen. Das ist genau das. Du möchtest etwas nicht haben. Du möchtest etwas nicht fühlen. Und nur weil wir etwas nicht fühlen müssen, möchten, haben wir ganz viele Ersatzbefriedigungen. Essen, trinken, Alkohol, die Zigarette, Shopping, Ablenkungen. Manch einer sammelt Wissen an, bucht noch einen Kurs. Auch das sind Ablenkungen, um nicht zu fühlen, um nicht zu akzeptieren, was gerade ist. Denn du versuchst, mit all den Dingen, die du da tust, dir schöne Gefühle zu beschaffen. Das heißt, die negativen, negativen, das ist schon wieder eine Bewertung, aber die, die du nicht fühlen willst, die schiebst du von dir weg oder du versuchst mit aller Kraft, dir positive, sogenannte Glücksgefühle zu besorgen, zu borgen. Denn im Grunde borgst du dir die, denn das, was du nicht willst, das verdoppelt sich. Also die Angst, der Zweifel, das kommt immer, 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 immer wieder zurück zu dir. Warum hält dich der Akt des Bewertens vom Glücklichsein ab? Also ich stelle mir die Emotionen wie ein riesiges Hochregallager vor. Da hat es ganz, ganz, ganz viele Gläser und da kleben Etiketten. So, und was der Mensch macht, ist, er hat dann eine lichte Seite, die kannst du als Himmel nehmen und dann eine rechte, eine dunkle Seite, Hölle. Und da sind die Emotionen strikt getrennt. Ja, da hast du die Wut. Auf der Seite der Hölle ist es sexy, wütend zu sein. Da hast du die Aggression, da hast du die Traurigkeit, die Angst, den Zweifel, die Schuld, zum Beispiel. Und auf der hellen, lichten Seite hast du die Freude, die Ekstase. Manche bezeichnen Liebe als Gefühl, ich persönlich nicht. Die Leichtigkeit und so weiter. Also du trennst die Emotionen in die, die du haben willst, nämlich die lichte Seite und in die dunkle Seite die Emotionen, die du noch als destruktiv, als schlecht, als hinderlich empfindest. Und was auch immer in deinem Leben passiert, du bekommst ein Gefühl dabei. Und letztlich geht es wirklich nur darum, es geht nur darum, etwas zu fühlen. Und ich bin im letzten Video schon darauf eingegangen, auf den Film Stadt der Engel. Aber wenn du den noch nicht gesehen hast, schritt ihn mal rein, da wird dir vielleicht einiges klar, was wäre, wenn du nicht fühlen könntest. Warum gibt es keine guten und keine schlechten Emotionen? Ich persönlich stelle mir die Emotionen oder die Gefühle teilweise so vor wie ein Malkasten, einen riesigen, riesigen Farbkasten. Da hat es ganz viel verschieden gelb, rot, Blautöne, Grüntöne, Grautöne, Schwarze, also Schwarze, Schwarze, aber also verschiedene Graustufen, Dunkelbraun. Und ein Bild, wenn du dir ein Bild großer Künstler anschaust, dann ist das unwahrscheinlich farbenreich. Und auch wenn jemand hauptsächlich dunkel und düster malt, wirst du auch in diesem Bild verschiedene Farbtöne erkennen können. Also etwas, was starke Emotionen auslöst, das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Frequenzen. Das ist bunt, bunt im Sinne von reich an Extremen. Und das Gefühl oder die Emotion selbst ist nicht gut oder schlecht. Die ist zum Beispiel scharf oder die ist mild. Die ist schnell oder die ist langsam. Die ist unglaublich energisch vielleicht. Also du kannst die Emotionen auch wie Gewürze beschreiben. Scharf, süß, sauer, wir sagen ja auch ich bin sauer, sauer, bitter und so weiter. Und trotzdem machen diese Gewürze ein gutes Essen aus. So die Schärfe in der richtigen Dosierung. Richtig, habe ich schon wieder bewertet. Schärfe, milde, Säure und auch Bitterstoffe, all diese Aromen machen das perfekte Essen aus. So wäre nichts von dem enthalten, schmeckt es einfach nur fade. Und wie lange würdest du das essen? Wenn du deinen Speiseplan anschaust, dann hat er verschiedene Geschmäcker, dann hat er verschiedene Aromen. Du isst einmal gern vielleicht nur ein Stück Brot, dann greifst du wieder zu was Süßem, ob es dein Obst ist oder Kuchen sei dahingestellt. Das macht dein Leben reich, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, nur wenn ich von sauer, süß, scharf und bitter spreche, ich esse zum Beispiel sehr gerne scharf. Und so sind deine Emotionen zu betrachten. Oder eine Symphonie, hör dir eine Symphonie an. Rachmaninoff ist zum Beispiel, wenn du dir da ein Klavierkonzert anhörst, oder natürlich auch Johann Sebastian Bach am Beethoven, da gibt es so viele Töne, Akkorde, Du und Moll, das macht ein großartiges Kunstwerk aus, da gibt es nicht nur das Laute, da gibt es auch das Leise, da gibt es nicht nur das Fröhliche, da gibt es auch das Melancholische und eine gute Symphonie, ein gutes Musikstück oder auch Rock und Pop, das schickt dich durch deine vollen Emotionen, doch was da passiert ist, du bewertest nicht, du sagst nicht, ah, traurig, ah, fröhlich, ah, Erfüllung, ah, da ist jemand wütend gerade so im Song, sondern du fühlst, 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 fühlst und sagst, wow, was für ein geiles Musikstück, Achterbahnfahrt zum Beispiel, du steigst ein und es schleudert dich da durch die Kurven, durch die Aufs und Abs und da ist Angst dabei, dann musst du sagen, nee, ich habe keine Angst, ich finde das toll, ja, aber die Angst ist, du hast deshalb keine Angst, weil du die Bewertung, also du nimmst das Etikett von der Emotion, du reißt das weg, so du spürst nur die reine Emotion und dann ist sie nicht mehr destruktiv, dann ist das eben einfach nicht mehr Angst, sondern du spürst halt einfach dieses Kribbeln im Bauch oder dieses keine Ahnung, wie sich das halt anfühlt, wenn du da im freien Fall nach unten stürzt oder beim Bungee Jumping. Das heißt, fühlen, 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 wenn dieser Zentralkomputer sich da oben ausschaltet, dann nimmst du die Bewertung weg und das passiert zum Beispiel bei der Achterbahnfahrt, das passiert bei einem Kinofilm, bei einem guten Kinofilm, das passiert bei deinem Lieblingssong, das passiert, wenn deine Lieblingsmannschaft spielt, zum Beispiel beim Fußball. Stell dir doch einfach vor, du gehst ins Fußballstadion, du fieberst schon lange auf dieses Derby, deine Mannschaft spielt gegen den Tabellenersten und du beperst, hoffentlich werden sie gewinnen, werden sie sich gut schlagen und du sitzt da und dann der Schiedsrichter, der Ampfiff kommt, nach einer Minute ist das Spiel aus, 10 zu 0 für deine Lieblingsmannschaft, das war's, du weißt gar nicht, was los ist, es ist noch gar nicht richtig losgegangen, der Schiedsrichter pfeift ab und sagt, die haben gewonnen, 10 zu 0, deswegen gehst du da nicht hin, du gehst, weil du auch diese Angst spüren willst, oh, was ist, wenn sie verlieren und wenn du dir die Attraktionen des Lebens anschaust, die du wirklich gerne machst, die du gerne wirklich besuchst, dann wirst du merken, da ist immer eine unglaubliche Bandbreite an Emotionen da, warum stellen sich manche Menschen stundenlang an einer Achterbahn an, wegen diesem Auf und Ab der Emotionen, wegen diesem Rausch der Emotionen, was macht dein Zentralkomputer da oder deine Höhlenmaschine? Erstens, was ist das? Nach der Bahnfahrt ist sicher. Zweitens, was bedeutet das konkret? Spaß! So, drittens, wie soll ich reagieren? Lachen, kreischen, quietschen, stöhnen, was auch immer, glücklich sein. So, und glücklich sein, und da komme ich zum Schluss, glücklich sein bedeutet nicht, auf einer Stufe hier immer diese Emotion zu haben, das ist wie, wenn ein Lied nur einen Ton hat, so dein Lieblingston und da kommt die ganze Zeit, das ist stinklangweilig, deswegen bist du nicht hier. Du bist hier, um dich zu erfühlen, um dich zu erfahren, du bist hier um jede Emotion, immer und immer und immer und immer und immer wieder zu erleben, zu erfühlen. Nimm die Etiketten weg, stell dich vor das Hochregallager deiner Emotionen und immer wenn du denkst, Wut, Scheißdreck, Wut, Etikett weg, fühlen, 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 fühlt sich gerade scharf an, fühlt sich turbulent an, ah, was macht das gerade mit mir? Zack, und dann stellst du das Glas ohne dieses Etikett wieder in das Hochregallager. Freude, Freude ist gut, weg damit mit der Freude, guck was die mit dir macht, ah, die wirbelt mich auf, die, ich werde ganz schnell und lebendig. Und dann, wenn du mal überall die Bewertung weggenommen hast, das musst du vielleicht ein paar Mal machen, vielleicht nimmst du das Glas, ist wieder das Etikett dran, reiß die Etiketten weg, fühle einfach nur, wie bei der Achterbahnfahrt die reine, pure, unverfälschte, nackte Emotion. Und irgendwann wirst du bemerken, dass dein Zentralkomputer andere Antworten ausspuckt. Was ist das? Ah, die Achterbahnfahrt meines Lebens. Was bedeutet das konkret? Spaß, Freude, Glücksgefühle, Glücksgefühle bei jeder Emotion. Nicht nur bei denen, die du früher als positiv bezeichnet hast. Wie soll ich reagieren am besten? Quietschen, Kreischen, Weinen, Schreien, Stampfen, was auch immer gerade angesagt ist, das ist alles erlaubt. Und glücklich sein. Glücklich sein. Glücklich sein. Glücklich sein ist die Sinfonie aus allen Emotionen, wenn du die Bewertung weglässt. In diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag, eine tolle Woche, wenn du das am Montag siehst. Deine Margret. Tschüss!